Wie soll ich denn bitteschön das machen? Da bauen wir doch erstmal ganz beruhigt den Bahnhof. Ich hatte das Gefühl, da müssen wir ein bisschen Servicestraße entfernen. Alter. Muss ich da jetzt die Straße erst wieder entfernen? Ich will jetzt nicht das eine verlassene Gebäude entfernen. Da hatten wir ein Casino in der Casinostadt. Schon ganz andere Probleme, wollte ich sagen. Wie schön. Alter, das wird doch mal eine Straße. Lol, das geht. Äh, einfach nur geil oder was? Also, nicht mehr als die Straße. Das muss man jetzt nicht mehr, dass ich jetzt bin. Aber wie schön ist es? Vorher ist es jetzt ein kleines Gebäude. Aber wie schön ist es? 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 Da ist es, ich bin. Versuch mir die Hose. Wie schön ist es. Wie schön ist es? Ist das eine geile Straße, ja? Aber vor allem das hier. Was ist denn das für eine Steigung? Alter. Wie voll die Straße da einfach nur ist. Wir müssen da, glaube ich, einen Park & Ride machen. Nein, können wir nicht. Hier oben können wir aber noch Kohle abbauen, oder? Kohle? Gib mich Kohle. Oh, ist das viel, Leute. Können wir ja richtig loslegen, aber besser als nichts. So, gib mich Weg. Das ist Quatsch. Wenn, dann müssen wir es auch voll ausnutzen. Genau da kommt das Kohlebergwerk hin. Alter, was hier abgeht, Leute. Jetzt könnt ihr überall lang fahren. Jetzt dürfte es deutlich weniger Stau sein. Ja, zumindest ein bisschen. Und was kann ich hier machen? Upp, gerade! Der Bürgerbeist da will er wohl doch gerade gar nicht. Genau, das Kohlebergwerk. Was kann man denn damit so machen? Ich will das genau in der Mitte. Deswegen bräuchte ich noch eine Straße. Alter, nicht so rumlecken. Stopp, Kohlekarte. Sicher ist sicher. Genau, ich hätte er nämlich direkt durchgebaut. Perfekt. Oh, fuck. Konnte ich das da etwa hinbauen? Nein, gut. So, genau. Und dann können wir da jetzt... Können wir da jetzt... Das Kohlebergwerk hinbauen. Boop! Äh, vielleicht... ...sollte ich ein paar von den Sachen... ...doch wieder exportieren lassen. Das lasse ich dann hier mal. Wir hatten doch noch ein Handelsdepot, wenn ich mich recht entsinne, oder? Export. Export. Äh, habe ich das Richtige geex... Äh, das wollte ich nicht. Habe ich das Richtige für den Export frei? Ja. Hier ist das viel billiger. Naja. Was kann ich denn hier noch so bearbeiten? Kann ich ja hier nirgendwo onbauen. Naja, wird schon passen. Und, ähm... Gena... Geschlossen. Wir stellen neue Leute an. Haben wir keine Arbeiter mehr? Oh, das arbeitet ziemlich... Äh, wir haben über 2000 Arbeitslose, ja? Verarsch mich bitte nicht. Aber natürlich können wir auch neues Wohngebiet anlegen. Haben wir eine Idee... Haben wir eine Idee von hier noch eine Straße zu verlegen, oder? Ja, das bringt euch noch nicht sehr viel, Leute. Denn jetzt kann ich hier noch Wohngebiet schaffen. Wo雨 ist ja nun tatsächlich... Ja, das? Athena. Na? Ah? Ja. Ja. Oh, nein! Oh, nein! üzel. Da ging so gerade Da geht's Alter, wie viele Brücken hier auch sind Amarsch, ich kann ihn genau an eine Stelle anbauen So Ich brauche hier kein Lieferungslager, wo ist das? Da Kohle, 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 Kohle Wo ist das Kohle-Lager? Verarsch mich nicht Ah, ja, ja, okay Achso, zu wenig Simodians So, jetzt sind wir wieder genug Ne, doch noch nicht Alter, wie viel die Lager in dem Umschlagplatz kosten Ah, da ist schon die erste Kohle Oder auch nicht Ich will gerne so einen Kohle-Laster sehen Einen Kohle-Laster Äh, wollen die mich verarschen, die Kohle Achso Achso Vivo, ach da. Sehr gut. Jetzt haben wir hier auch Kohle. Also, Kohle, Berg, Berg. Wer will schon nicht gern an einer Steilklippe leben? Wäre mein absoluter Traum. Erstmal ersetzen wir jetzt diese Straße hier. Äh, das heißt nicht, dass ihr auf die fahren sollt. Hier werden bessere Straßen gelegt. Ha, das Auto da, das war geil. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das gesehen habt, aber das ist die ganze Zeit da im Kreis gefahren. Und Point. Ich will das ohne ein Haus zu zerstören. Ich muss abgesehen, bevor eine Kreuzung entsteht. Aha. Naja, dann halt nicht. Und das kann man hier eigentlich zerstören. Und da lieber noch überall. Auf der Seite ein bisschen Gewerbegebiet anlegen. Äh, weil da ja so viel geht. Und, ähm, hier kann man dann ja noch Wohngebiet und Gewerbegebiet und mehr geht hier nicht. Okay. Äh, Wasser. Wasser, Wasser. Haben wir doch. Leute, was macht ihr so'n Krach? Oh, es soll aufhören. Gut. Gut. So, das Kohle-Vorkommen wird hier auch völlig ausgenutzt. Kohle-Lager. Boom. Ach so, hier müssen wir auch noch einsch... Alter. So, jetzt kriegen wir hier auch Kohle-Export. Oh. Hallo, hier maximal, bitte. Haben wir das hier schon überall? Nee. Nein. Nein. Ich muss nur noch ... Alter, wie viele Transporter du hier dran machen kannst. So. Boah. Schon, äh, große Sache, der Umschlagplatz. Ja. Hier können wir auch noch Wohngebiet anlegen. Alter, was ist mit meinem Internet im Moment los? Das geht gar nicht. Kann nicht. Ich möchte gerne, ich möchte voll gerne hier so eine Verbindung hinmachen. Geht natürlich nicht. Außerhalb der Stadtgrenzen blau und blau und blau. Fuck. 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 Genau. Ciao Das war's für heute. Naja, komm schon. Nervt nicht, ähm... Strom haben wir nicht mehr genug. Hier haben wir auch noch eins. Oh, wir haben jetzt einen Tornado freigeschaltet. Alter! Wie viele Windkraftwerke wir einfach nur haben. Naja, mit Strom geht das doch jetzt alles klar. Ich glaube, wie wir da oben gar nichts hatten. Juhu! Die nächste Auszeichnung. Ne, besten Listen will ich gar nicht. Ich will, äh... Erfolge, Erfolge, Erfolge. Ähm, ne Bürgermeisterwiller baue ich doch einmal ganz... Äh, okay... Ja, ich weiß. Mein Internet hat gerade wieder Spastiken. Äh, das ist mir bewusst. Was wolltest du mir damit jetzt sagen? Ja, ihr seid alle glücklich. Das freut den Tor. Oh, ja, die sind nicht so ganz glücklich. Kann ich mir aber auch gut vorstellen. Ne, baue ich jetzt doch nicht. Alter Marschfeuerwehr, ich will keinen... Oh, vielleicht sollte ich doch über eine Feuerwehr... Haben wir doch eine, oder? Äh, da. Alter, wie viele Gebäude hier aber brennen. So, das müsste jetzt aber reichen an Feuerwehr. Alter, wie viel hier einfach nur los ist. Alter. Wie viele Trümmer uns hier einfach nur sind. Vor allem sind hier gerade voll die Geräusch-Bugs. Die Sound-Bugs. Ja, hier sind gerade richtig geile Sound-Bugs. Alter, ganz im Ernst, wo das überall brennt, ne? Und die Sound-Bugs nerven gerade. Ja, der sollte obdachlos werden. Alter, die Sound-Bugs nerven übelst. Ich warte jetzt hier mal auf den Güterzug. Da ist ja Rainer. Ach, der hat wohl sehr viel Erz geladen. Ach, der kommt aus Casino Royale. Casino Royale ist doch da, ne? Ja. Da ist der Bahnhof von Casino Royale irgendwo. Dann ist da hinten Torbenstadt. Und hier baue ich auch noch ne Fährenverbindung. Genau, das hatte ich vor. Ähm, so mag ich das hier. Gerade gar keine leichten Bugs. Ne, ich will auf Boote. Kein Problem. Diese Little-Grafik-Bugs. Die machen mir doch nichts aus. Das ist ironisch gemeint, ne? Das ist gerade ein bisschen nervig. Das ist ja, was wir mal jetzt machen. Wir gehen. Alter, wie hat gerade alles? Ähm, wir holen uns noch eine Stadt. Vor allem sehe ich da nicht mehr die... Laden. Wolbur. Wolbuk. Die haben wir auch noch nicht bebaut. Vielleicht liegt da ja Erz oder sowas. Weil ich bräuchte unbedingt noch ne neue Erz... Äh, Erzabbau-Stadt. Zieht euch gerade mal die ganzen Grafik-Bugs rein. Das ist gerade echt ein bisschen nervig. Naja, um das zu überspringen, sehen wir uns wieder, wenn wir in der Stadt sind. Also sage ich, bis gleich. So, und wir haben hier eine lustige Warnung. Kann Stadt derzeit nicht laden. Bitte erneut versuchen. Ja, machen wir doch. Sind wir wieder im Hauptmenü, oder? Äh, Leute, ich beende da immer kurz SimCity. Das snaft gerade bitte. Äh, bisschen. Also, bis gleich. Hallo Leute, und willkommen zurück zu einer kleinen Aufnahme-Session. Let's Play SimCity. Und, ähm, genau, letztes Mal wollte ich eigentlich nicht mehr an der Erz-Stadt jetzt weiterbauen. Äh, ja. Also, es ist genial. Genial. Äh, äh, auch nicht an Casino Royale, sondern an Wollburg. Wollburg. Laden. Äh, die wollten wir eigentlich mal früher für die Casino Royale-Stadt nehmen, aber, äh, dann war da ja zu viel Wasser hier für unsere Bewohnerchens. Und, da gucken wir doch einfach mal, ob wir da so eine wunderschöne Industrie-Stadt noch hinkriegen, je nachdem, was die denn hat. Jetzt kommt wieder so ein scheiß langer Ladeball. Obwohl die da doch gar nichts laden muss, bis auf so eine kleine Autobahn das bisschen... Irgendwas funktioniert mit der weltweiten Statistik nicht. Achso, da sind wir ja schon. Sehr gut. Äh, die Autobahn haben wir da, genau. Ja, hier wäre viel zu viel Wasser für Dings gewesen. Ja, ja, ist gut. Äh, erstmal gucken wir uns die Karten an. Damit wir hier wissen... Öl, 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 Öl. Nix. Erz. Erz viel. Kohle auch viel. Ja, äh, Kohle und Erz. Sehr schön. Machen wir erstmal das Erzgebiet. Hier. Das ist nur zur Markierung. Vom Erzgebiet. Aha, gut. Kann ich da überall Erz abbauen. Nein, jetzt will ich keine Kurven. Jetzt will ich gerade. Am Arsch ist so großer Erneigungswinkel. Alter. Warum kann der denn bitte hier nicht eine gerade Straße einfach hinlegen? Oh, wir müssen die da aber schrägen machen. Ja, wo ist denn jetzt hier? Oh, wir müssen den Spindierlaunen labern doch jetzt einfach nicht. So, wo geht denn jetzt mit der Wind hin? Oh, sehr nice. Sehr nice. Ja, ich weiß, dass wir gleich schon bonkret sind. Ja, ja. Da sollen jetzt erstmal welche einziehen. Hier möchte ich aber Fabriken wohnen lassen. Und hier kommen die Arbeiter hin. Ja, gut. Boah, ist hier viel Verkehr, ne? Merkt das schon. Und hier tide eraman. Und ich habe mich weitergelegt. Was ist das? Euer Christian.